Die Volkswagen Aktiengesellschaft mit Sitz in Wolfsburg ist der größte europäische Automobilhersteller und mit Toyota und General Motors einer der größten weltweit. Sie wurde am 28. Mai 1937 als Gesellschaft zur Vorbereitung des Volkswagens MbH gegründet und war damit von maßgeblicher Bedeutung für die Gründung der Stadt Wolfsburg. Die VWG agiert als Muttergesellschaft der Fahrzeugmarken Volkswagen, Pkw, Audi, Seat und Skoda sowie der Premium-Marken Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini und Porsche. 2007 bis 2011 erweiterte der Konzern auch seine Nutzfahrzeugsparte mit der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge um die Unternehmen Mann und Scania. Das operative Geschäft der VWG gliedert sich in die drei industriellen Segmente Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse sowie Power Engineering. Im Segment Finanzdienstleistungen sind die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, die Versicherungen und das Flottengeschäft zusammengefasst. Die VWG meldete für das erste Halbjahr 2013 einen Gewinn von rund 4,8 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 98,7 Milliarden Euro. Letzteres ist ein Plus von 3,5 Prozent. Ursprung des Konzerns Ursprung des heutigen Konzerns ist die Entwicklung eines Volkswagens durch Ferdinand Porsche. Zur Produktion des Autos wurde von der Nationalsozialistischen Organisation Kraft durch Freude am 28. Mai 1937 in Berlin die Gesellschaft zur Vorbereitung des Volkswagens MbH gegründet. Anfang 1938 begann zunächst der Bau des Vorwerkes Braunschweig, gefolgt vom eigentlichen Volkswagen-Werk bei Fallersleben. Durch das die später Wolfsburg genannte Stadt entstand. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen von der Militärverwaltung der britischen Besatzungszone unter dem Namen Wolfsburg Motorworks weiter betrieben. Am 22. August 1960 wurde die Volkswagen-Werk GmbH, die sich nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Besitz des Landes Niedersachsen befand, in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Auf Beschluss der Hauptversammlung 1985 ist der Name des Unternehmens seither Volkswagen AG. Neben dem Automobil- und Motorradsektor gehören auch Finanz- und Logistikdienstleistungen sowie eine kleine Lebensmittelsparte zum Volkswagen-Konzern. Der Konzern wird vom VW-Verwaltungshochhaus in Wolfsburg ausgeleitet.